Tachchen, niegelnagel neue Podcast Episode und wie neuerdings jetzt schon ein paar Mal ausprobiert mit YouTube Video und ja, Unlock Growth Weekly, leider bin ich alleine und nicht mit meinem Growth Lead Kollegen, dem lieben Basti hier am Start, aber ich kriege das auch heute so hin und ja, es geht mir um ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt und ich berichte mal aus drei Szenen aus den Projekten, die wir gerade machen und ja, Nummer eins ist etwas, was ich heute Morgen auf LinkedIn aufgeschnappt habe von meinen lieben Freunden, dem Robin Heinze von Morfire und dem lieben Björn Radde von T-Systems, da werde ich gleich mit anfangen, dann habe ich eine Nummer zwei, wir hatten diese Woche einen fantastischen Kick-Off mit einem fantastischen Start-Up, ich würde sagen schon, Scale-Up-Team, da habe ich eine Erkenntnis und dann habe ich eine Erkenntnis Nummer drei von uns selber und jetzt habe ich immer noch nicht gesagt, worum es geht, weil ich habe bei allen drei Sachen die gleiche Erkenntnis und die Erkenntnis ist und das ist auch das Thema dieser Folge, diese echten Kundenbedürfnisse, diese echten Zielgruppenbedürfnisse herauszufinden, zu kennen, im Team, in der gesamten Organisation zu verteilen, damit jeder in deinem Unternehmen wirklich weiß, was betrifft diese Kunden wirklich, was denken sie wirklich, welche Probleme haben sie wirklich, wo wollen sie wirklich hin, warum machen sie das oder das am Ende nicht, ist ja, ehrlich gesagt, ohne das kann man kein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, fertig und in all unseren Projekten und auch wie immer bei uns selber fällt mir einfach immer wieder schon nach zehn Minuten auf, wie schwer es den Teams fällt, eben diese blanke, diese radikale Kundensicht zu haben und jetzt habe ich ja eben gesagt, ich mache heute Beispiel drei mit uns selbst, da haben wir uns gestern in unserem wöchentlichen Check-In, wir machen immer montags unser Team-Meeting, wo wir unsere Woche sozusagen planen und dann machen wir donnerstags immer nochmal so einen kleinen Check-In, um zu gucken, okay, wie läuft es denn eigentlich und dann können wir Donnerstag, Freitag nochmal so korrigieren und das haben wir gestern gemacht und haben festgestellt, dass wir da gerade einen Fehler machen und ja, das gilt auch für uns, weil bei einem selber ist es ja immer am schwierigsten, das wisst ihr ja, glaube ich, alle, bei den Kunden kann man das immer sehr, sehr schnell sehen und kann denen helfen in die Richtung und sehe das doch mal so, aber man selber sitzt ja auch nur. Wie heißt dieser Spruch? You can't read the label if you're sitting inside the bottle. Also wenn man in der Flasche sitzt, kannst du nicht sehen, wie das Ding von außen aussieht. Jo, also die blanke Kundensicht an drei Beispielen und ich spoiler mal kurz unser drittes Beispiel, was wir falsch gemacht haben, das kann ich ja gleich nochmal im Detail machen. Wir haben ja nächste Woche am 8.6. um 17 Uhr unsere Ask Me Anything About Growth Nummer 9 und wir freuen uns megamäßig, weil wir so ein krasses, geiles, innovatives, trendiges, abgefahrenes Thema haben und zwar NFTs für Unternehmen und wir freuen uns riesig und wahnsinnig. Wir haben drei so geile Experten am Start und alles ist super, aber wir stellen gerade so fest, dass die meisten in unserer Zielgruppe, in unserer LinkedIn-Bubble, in diesem Podcast und in unserer Newsletter-Community und so, dass die eigentlich gar nicht wissen, was es ist. Und ja, das ist gleich Beispiel Nummer 3. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Ich würde sagen, wir fangen aber nicht mit Beispiel Nummer 3 an, sondern mit Beispiel Nummer 1. Also die, die YouTube gucken, sehen das jetzt gerade hier. Heute morgen passiert LinkedIn, der liebe Robin, Freunde von uns hier aus Kölle von der Agentur Mediafire, sorry Robin, nein, Morefire. Die haben einen Post gemacht, der hat hier den Björn Radde, den kenne ich auch gut. Die Simpsons auch, da haben wir auch schon Growth-Hacking-Workshops gemacht und finde ich alles super. Aber hier ist ein Post, da steht drin, liebe Björn sagt, habe immer drei Dinge im Kopf, wenn du einen Post machst. Dieser Post mag, also Frage, mag den dein CEO? Frage 1. Nummer 2, dein zukünftiger CEO, mag der den? Und mag deine Mama den auch? Das heißt, da sagst du hier, wenn du was postest und bist dir nicht sicher, ob das so das Richtige ist, stell dir einfach diese drei Fragen, mag das mein Chef, meine Chefin, vielleicht mein zukünftiger Chef, meine zukünftige Chefin und dann Nummer 3, mag das meine Mutter? So, das habe ich halt gesehen. Ihr wisst ja, ich bin da auch gerne so ein bisschen kantig unterwegs und ich weiß, der Björn, die machen bei T-Systems intern ein großartiges Corporate-Influencer-Programm. Das heißt, dieser Satz gilt nicht für jeden da draußen, sondern der gilt, der ist bezogen auf Corporate Influencer. Das heißt, Leute in einem Team, in einer Organisation, die aber eben jetzt auch posten sollen, um eben als eigener Influencer für das eigene Unternehmen dazustehen. Und da muss man ja ehrlich sein, da darf man und kann man ja auch nicht einfach alles nach links, rechts posten. Das muss ja schon irgendwie so brandkonform sein. Ja, und das muss man ja in so einem großen Unternehmen auch alles regeln und organisieren. Und deswegen finde ich diese drei Fragen, ja, finde ich auch richtig und sehr gut. Muss aber allerdings da reinhauen, weil ich halt sage, ja, wenn aber alle so gemäß dieser Brand so blitzsauber alles immer nach draußen kommunizieren, jetzt überlegt mal, denkt euch mal gerade wieder in LinkedIn rein oder wegen mir auch Instagram, was auch immer, dann wird auch da nichts passieren, weil dann wird halt auch an der Stelle keiner auffallen. Weil das, was alle machen, ist ja genau das, was eben nicht raussticht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, und das war dann auch mein bisschen provokativer Kommentar da drunter, dass ich halt sage, so, wenn man doch ehrlich ist, muss man sich doch nicht fragen, gefällt das meinem Chef oder meinem zukünftigen Chef oder meiner Mama. Warum? Weil alle drei sind im Normalfall nicht meine Zielgruppe. Die eigentliche Frage, die du dir doch eigentlich stellen musst, wenn du einen Post machst, wenn du ein Stück Content machst, wenn du einen Podcast machst, wenn du ein Newsletter schreibst, ist doch nicht, interessiert das mein Chef? Ja, auch, ja, sondern viel wichtiger ist, ist das was für meine Zielgruppe? Wen will ich damit erreichen und tackle ich damit ein Problem, was diese Person hat? Tackle ich damit einen Wunsch, den diese Person hat? Ist das etwas, was sie gerade auf dem Schreibtisch liegen hat? Das ist aus meiner Sicht die richtige Frage. Und ja, da sind wir genau bei diesem Thema. Wo würde ich jetzt sagen, so, denk nicht immer, wem das alles gefällt und gefallen muss und so, sondern das Ding hat nur dann eine Chance, erfolgreich zu sein, wenn es deine Zielgruppe wirklich gefällt. Wenn es die anspricht und nicht alles andere. Ja, jetzt muss ich da trotzdem nochmal einen Disclaimer reinmachen, weil wir haben ja auch schon so Corporate Influencer Programme mitgemacht und so und haben ja das da immer auch immer bei unseren Kunden. Ich sage, das sind so wieder so, das kommt immer darauf an, welche Phase man ist. Wenn wir jetzt gerade damit anfangen, dann ist ja die, jetzt versuche ich mich wieder auf meinen eigenen Kunden gerade einzustellen, wenn du jetzt gerade damit anfängst, dann ist ja die Hürde erstmal, diesen Kollegen, Kolleginnen zu nehmen, dass sie überhaupt posten. Je mehr Restriktionen, je mehr Bedingungen du ihnen da gibst, so behaupte ich aus meiner eigenen Erfahrung, desto eher werden sie nicht posten, weil sie halt Angst haben vor dieser Öffentlichkeit. Sie werden Angst haben davor, dass sie scheitern. Sie werden Angst haben davor, dass sie negativen Kommentar bekommen, was ja in der Normalfall nie passiert. Ja, also das ist für mich so erstmal der Punkt eins, die Leute überhaupt dahin zu bringen, zu motivieren und ihnen zu erklären, wie es überhaupt geht und diese Angst zu nehmen, dass etwas passiert, das finde ich ist erstmal die größte Stellschraube, also das erste Ding, was zu nehmen ist und dann geht es halt entsprechend weiter und dann muss man die Sachen anfangen natürlich zu regulieren und dann muss man im nächsten Schritt wiederum gucken, dass die den Algorithmus verstehen und dass die auch anfangen selber so ein bisschen ihre kantigen Posts zu machen, dass die so ein bisschen da mehr auffallen. Natürlich muss das brandkonform sein, aber ich frage mich selber immer, man muss auch erstmal am Anfang festlegen, was brandkonform ist. Aber ich will jetzt nicht zu viel über Corporate Influencer Programme reden, sondern Kundensicht ist das Wichtigste, weil sonst kannst du dir den Post am Ende auch sparen. Punkt eins. Nummer zwei. Wir hatten einen fantastischen Kick-Off diese Woche mit einem neuen Kunden, mit einem tollen Start-Up und ich kann ja jetzt nichts Großartiges zeigen, aber wir haben sehr, sehr schnell festgestellt, also die launchen gerade ein neues Produkt. Man muss ein bisschen mehr erklären. Die haben fantastische SEO-Arbeit gemacht, die letzten ein, zwei Jahre. Das heißt, die kriegen richtig guten organischen Traffic, haben einen richtig guten Job gemacht und ja, das ist immer gut, wenn schon mal so diese Dinge, die wissen, wie das Content-Ding funktioniert. Ich würde sagen, auf der Content-Ebene ist diese Zielgruppenorientierung, weil sonst kriegst du auch kein SEO-Traffic, wenn du nicht die richtigen Keywords abgreifst, haben die komplett am Start. So, jetzt launchen die, also mit uns zusammen in diesem Programm, launchen die jetzt ein neues Produkt und das Produkt ist aber nicht für die gleiche Zielgruppe, sondern für so ein bisschen andere Zielgruppe. So, das mussten wir erstmal rausfinden und auch, also gemeinsam rausfinden und nochmal nochmal klar machen, dass den Traffic, den wir da gerade haben, dass das nicht zwangsläufig zu 100 Prozent der gleiche Traffic ist, sodass wir den für unser neues Produkt verwenden müssen. Das war nicht allen so klar, weil das eine andere Zielgruppe ist. Das hört sich jetzt so basic an, ehrlich gesagt, aber wir stellen das in diesen Kundenprojekten am Anfang, in den Kickoffs, die wir am Anfang machen, in den Strategie-Workshops immer wieder fest, dass das eben nicht allen klar ist. Das ist so mein Punkt eins. Punkt zwei, das kennt ihr wahrscheinlich selber, wenn ihr jetzt gerade ein neues Produkt erfindet, dann liebt man dieses Produkt und das ist auch richtig so, weil sonst würde sowieso alles andere nicht funktionieren. Ist bei mir genauso und wir haben ja auch gerade unser Do-It-Yourself-Programm neu gebaut und sind da in der Bitterphase und so. Da geht uns das genauso. Nur, was nicht passieren darf ist, dass wir uns in die, und das ist auch ein alter Hut, aber ich muss ihn einfach nochmal rausholen, dass wir immer nur in diesen Produkt-Features denken. Unser Produkt kann das und das ist besser als bei der Konkurrenz. Unsere Konkurrenz macht das aber falsch und wir machen das viel valider. Wir können das besser ausrechnen und so weiter. Das heißt, man neigt immer dazu, dann in diesem Produkt zu denken und vernachlässigt dann an dieser Stelle, was dieser zukünftige Kunde, der potenzielle Kunde, was den wirklich interessiert. Den interessiert an der ersten Stelle ja erstmal gar nicht, welche Produkt-Features wir haben, sondern meistens müssen mit den Kunden ja viel früher erstmal abholen. Den muss man erstmal sagen, dass wir da sind und das machst du am besten, indem du sagst so, hey, du hast ein Problem, ich habe das verstanden. Hier, ich habe dich verstanden, ich kann das lösen. Das heißt, du musst ihn ja erstmal zu dir bekommen und das machst du im Normalfall nicht mit Produkt-Features. Da gibt es ja tausende von Beispielen, aber das ist aus meiner Sicht, war das jetzt wieder in diesem Kick-Off so eine der schwierigsten Stellen, die wir gemeinsam mit dem Team lösen müssen, erstmal wieder diese klare Sicht auf diese neue Zielgruppe zu bekommen und genau rauszufinden, was sind denn wirklich die Probleme, die diese Zielgruppe hat? Was sind die Hoffnungen und Träume, die diese Zielgruppe hat? Und dann gibt es ja immer diese Barrieren und Unsicherheiten, so nennen wir das immer, dass wir sagen, so gut. Und wenn jetzt einer wirklich interessiert ist, das heißt, der klickt vielleicht auf eine Ad, der kommt vielleicht auf unsere Landingpage für das Produkt und er findet es auch gar nicht so schlecht, aber er macht es am Ende nicht so. Das sind die Dinge, die wir rausfinden müssen. Wenn jemand da ist und hat es, ja, aber er macht es am Ende nicht. Ist es der Preis? Hat er es nicht genau verstanden? Ist es ihm nicht vertrauenswürdig genug? Hat er vielleicht schon eine Lösung, ja, also ein anderes Produkt, das Konkurrenzprodukt und sagt so, ja, finde ich zwar nice, aber jetzt nicht so nice, dass ich mein altes ablösen muss. Das waren jetzt Nummer vier Beispiele für so typische Barrieren von jemandem, wo du sagst, der würde eigentlich, wenn nicht das da passiert wäre. Das war ja Nummer zwei und ehrlich gesagt, ich finde es selber auch in unserem Sales Pitch immer so langweilig zu sagen, so ja, es geht in erster Linie immer erstmal in der Strategie um Zielgruppenverständnis, weil das ist ein alter Hut. Personas habt ihr alle schon, behaupte ich jetzt mal hoch und runter gemacht. Aber da sage ich Personas, das reicht nicht. Es geht darum, wirklich im Team das auch zu verteilen, eine gleiche Zielgruppensicht zu haben. Was beschäftigt die wirklich? Und nicht Annahmen, du musst mit Annahmen immer starten und das wirklich zu validieren. Beschäftigt die das wirklich? Weil ganz oft, da gehöre ich auch dazu. Hast du dann den Chef, die Chefin, die haben sich das Produkt ausgedacht, wie ich auch. Die sind dann schon so Ewigkeiten in diesem Markt drin und die sagen, ja, ich kenne unsere Zielgruppe, die sind genau so. Das passiert ganz oft bei so neuen Produkten, bei uns auch. Ich nehme mich da komplett mit rein. Aber an der Stelle zu challengen und so, okay, das ist eine Hypothese, dass du sagst, die Kunden sind genau so. Lass uns das jetzt rausfinden, ob das wirklich stimmt oder ob die nicht doch andere Probleme auf dem Tisch haben. Hat mega Bock gemacht, dieser Kick-Off. Wir machen jetzt drei Monate richtig Gas auf der einen Seite auf der SEO-Front und auf der anderen Seite werden wir dann richtig, richtig schön Produkt-Launch hinlegen. Und ja, so Produkt macht mir ja immer sehr, sehr toll. Ein geiles Team. Die haben mega Bock. Und das wird spannend. Und das war die Nummer zwei. Jetzt kommt die Nummer drei von uns selber. Und ich bin ehrlich, die tut mir ein bisschen weh, weil das, was ich gerade über unseren Kunden erzählt habe, ja, das gilt ehrlich gesagt jetzt in diesem Fall gerade auch mal für uns. Wir haben ja nächste Woche unsere Ask Me Anything About Growth Conference. Und ehrlich gesagt, das ist die Nummer neun und wir machen ja immer so Events. Das ist ja einfach unser Ding. Und ja, ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht mehr, was wir ohne Events machen würden, weil das ist für uns so mega gut. Wir können immer unsere ganze Community bespielen und die lieben das immer. Und wir schreiben aus den Events hinten raus Angebote an die richtigen Leute, weil wir die immer wieder da an uns gezogen bekommen. Und das gleiche gilt auch für neue Leads. Also ich bin mega happy, dass wir das auch im Team so prozessual abfackeln können. Und das ist mittlerweile so prozessual, dass wir relativ schnell im Prozess auch sehen können, wie so unsere Vermarktung läuft, wie unser Marketing im Vorfeld läuft, sodass man dann da auch gegensteuern kann. Und das ist jetzt gestern passiert. Wir haben so festgestellt, unsere ersten zwei Newsletter-Einladungen, die wir geschickt haben, liefen jetzt nicht so gut wie sonst. Unsere ganze LinkedIn-Geschichte, die wir da immer aus dem Team rausmachen, lief auch nicht so gut wie sonst. Und jetzt steht man da und sagt so, okay, Moment mal, unsere Apps laufen auch nicht so gut. Und warum ist denn das eigentlich so? Jetzt beginnt Growth-Hacking. Jetzt könnte man sagen, ja, wir vermuten mal das. Aber ehrlich, wir haben da echt viel Erfahrung und wir haben da im Team gestern drüber gesprochen und waren alle sehr, sehr schnell dabei. Nicht, dass es am guten Wetter liegt oder dass die Leute Online-Event müde sind, weil das ist in unserem Fall Quatsch. Die Erfahrung haben wir bisher nicht gemacht. Sondern das Thema, was wir haben, heißt NFT-Strategie. NFT für Unternehmen. Und wir lieben das, weil ich beschäftige mich jetzt schon so ewig damit. Ich hatte ja auch letztens die letzte Podcast-Episode, da habe ich ja, ich glaube, sieben Anwendungsbeispiele gegeben für Unternehmen, wie sie jetzt NFT vielleicht für sich nutzen können, um Inspirationen zu geben. Meine, ich kann das noch zeigen, ich habe das hier extra aufgemacht. Wo sind wir denn? Moment, ich muss hier mal schnell suchen. Hier meine, ach nee, das war der LinkedIn-Post. Hier. Hier, meine letzten LinkedIn-Posts. Gestern. NFTs, Trend oder Trash. Sind das die größten Investment-Types? Und danach die Anwendungsbeispiele. Da vor der Post geht auch, wo ich sage, habt ihr Angst vor einer neuen Technologie? Da vor der Post, da habe ich die drei Anwendungsbeispiele vorgestellt, die unsere Speaker am Start haben. Da vor der Post sage ich so, das war mein erster NFT, den ich damals gekauft habe. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch gerade schon merkt oder auch in den letzten Stücken Content, die wir gemacht haben, gedacht habt. Das ist nicht das, was unsere Zielgruppe gerade heftigst interessiert. Sondern das ist ein Bubble-Thema. Das ist ein Nerd-Thema. Ich glaube, die meisten von euch haben das jetzt schon mal gehört. Vielleicht so auch für sich selber. Hey, da kann ich jetzt mal 200 Euro investieren und vielleicht bin ich übermorgen Millionär. Das ist ja so die eine Kante, wo wir uns ja ganz klar von distanzieren, weil wir halt sagen so, nee, es geht für Unternehmen. Ja, aber dennoch, wir hauen die ganze Zeit auf diese Anwendungsbeispiele drauf. Wir sagen, hier ist ein Beispiel und so ist ein Beispiel und guck mal, die haben das so gemacht und so gemacht. Aber wir haben eine Sache vergessen und die ist uns gestern in diesem Team-Meeting wie Schuppen dann von den Augen gefallen. Die meisten, und da haben wir jetzt mit ein paar Leuten auch gesprochen, die meisten haben das zwar gehört, aber die wissen gar nicht, was das ist. Das heißt, die sind kuriert, wenn es anders ist, aber die sind noch gar nicht so weit, dass es um Anwendungsbeispiele geht, sondern die müssen erst mal ganz kurz, ganz basic, ganz simpel verstehen, was es ist. Was ist ein NFT überhaupt? Was soll das? Warum? Es gab es gestern nicht und uns ging es gut. Also wo machen diese Dinger die Welt besser? Auf der einen Seite. Oder auch schlechter. Es gibt ja auch diese Energiegeschichte, dass die nicht nachhaltig sind und so. Und das stimmt ja auch alles. So, und das ist uns gestern aufgefallen, dass wir in unserem Marketing viel zu weit sind. Korrigiert ist, das ist mir wichtig, wenn ihr es anders seht. Ja, also bei mir, damit wir das lernen. Und wir sollten eher sagen so, das ist das. Und natürlich gibt es auch Beispiele dazu, weil wir erklären immer alles mit Beispielen. Ja, das ist uns gestern aufgefallen, ehrlich gesagt. Und was mich besonders geärgert hat, ist, dass im Event, wir haben ja drei Experten am Start und der Chris ist ja Kunde von uns, ist auch der Experte Nummer eins. Und da haben wir das schon so geplant, dass wir gesagt haben, so im Event selber, lieber Chris, müssen wir erstmal 10, 15 Minuten für unsere ganzen Teilnehmer, die wir da haben, müssen wir einmal kurz eine Basic-Session machen. Einmal kurz Basic erklären, was es ist, wofür man es benutzen kann, wofür man es nicht benutzen kann. Also für unsere Event-Planung haben wir das komplett berücksichtigt. Aber ihr wisst ja, wie Marketing funktioniert. Habe ich ja eben auch gesagt. Das ist ja quasi dann unser Produkt. Im Marketing funktioniert das nicht. Du siehst einen Post oder siehst einen Podcast oder eine Ad, hier NFT-Strategie. Ich kann euch auch unsere Ads mal kurz zeigen hier. Und denkst du, ja, die sind ja, ich glaube, ganz cool eigentlich. Mit Memes machen wir immer gerne unsere Ads. So hier, dein Unternehmen. Wir sind immer ganz im Trend vorne dabei. Und dein Unternehmen, wir haben keine NFT-Strategie. Ja, das ist zwar cool, aber korrigiert mich. Die meisten Unternehmen sind gerade nicht an dem Punkt, dass sie sagen so, oh mein Gott, wir brauchen jetzt eine NFT-Strategie. Sonst fährt hier der Zug ohne uns ab. So weit sind die meisten nicht. Das ist ein Nerd-Thema. Ja, das ist meine Nummer drei. Und da bin ich ganz ehrlich und ganz authentisch. Das gilt dann in dem Fall auch für uns, was auch immer für unsere Kunden und so gilt. Ob das Thema jetzt spannend ist oder nicht. Also vielleicht auch da nochmal, mein Anspruch ist an mich selber und auch an unsere Kunden, an mich selber und an mein Team, an unsere Company, das wollte ich sagen, ist, wir müssen uns mit diesen Trends beschäftigen. Wir müssen die verstehen. Wir müssen die ausprobieren. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir auch einen Kunden haben, mit dem wir das oder den wir dabei jetzt unterstützen können, damit wir nicht nur darüber reden und so und selber mal ein NFT kaufen. Und dann habe ich alles lange hinter mir. Ja, sondern das machen, damit wir das lernen. Das ist mir wichtig, weil unsere Kunden ja danach fragen. Aber wenn ich ehrlich bin, nicht alle unsere Kunden fragen uns, sondern da waren jetzt mal ein, zwei, drei dabei. Aber wir haben ja ein paar mehr als ein, zwei, drei Kunden. Und das finde ich entscheidend. Das heißt, unser Anspruch ist, das zu machen und das zu wissen. Und ich finde auch das Online-Event, dass wir das machen, total richtig. Nur nochmal, die Erkenntnis ist, wir müssen unser eigenes Marketing für so ein Event viel mehr Basic machen, als so Advanced, wie wir es bisher gemacht haben. Ja, das hat mich beschäftigt gestern Abend. Und jetzt, ja, diese Podcast-Episode, dieses Video ist eigentlich der Auftakt dafür, dass wir sagen so, nee, wir müssen das mehr, mehr, mehr Basic machen. Das heißt, wenn das Thema dich interessiert, wenn du denkst, so, hm, ja, ich habe das schon mal gehört, ich weiß aber nicht, was das ist, dann komm unbedingt in unser Event, weil wir erklären dir das da. Und du hast da die Gelegenheit, wie immer Fragen zu stellen. Das heißt, wir werden nicht nur die krassen Beispiele machen, sondern wir werden auch am Anfang einmal ganz Basic erklären, was es ist und aber natürlich auch ganz Basic erklären, wie Unternehmen davon auch profitieren können. Und da gibt es halt einfach gute Beispiele. Ja, also, es wird nicht, es wird bestimmt ein bisschen nerdy, aber es wird nicht zu nerdy. Wir werden das so machen, dass wirklich alle Teilnehmer, sowohl die da schon ein bisschen tiefer drin sind, als auch die, die damit Basic anfangen wollen, wir werden euch alle abholen. Und alleine dadurch, dass das Format ja so gemacht ist, dass ihr Fragen stellen könnt, kann das ja eigentlich an der Stelle gar nicht schief gehen. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen, euch nächsten Mittwoch, 17 Uhr, also am 8.6. ist es, glaube ich, in unserer Ask Me Anything About Growth begrüßen zu dürfen und mit euch ein bisschen richtig coolen, innovativen, sehr reflektiert über diesen innovativen Kram zu sprechen. Ja, holt euch euer kostenloses Ticket, unlock-growth.com slash AMA, A-M-A, dann seid ihr am Start. Und ja, wenn ihr sagt, ich würde gerne Feedback dazu geben, Henrik, das stimmt gar nicht, ihr macht das genau richtig, oder du sagst so, ja, stimmt, ich weiß gar nicht, was das ist, ihr hängt mich damit total ab, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir dazu ein bisschen Feedback bekommen. Gerne auch im Vorfeld über LinkedIn oder per E-Mail oder so, oder ihr kommt einfach auf das Online-Event und sagt uns dann Bescheid. In diesem Sinne, macht es gut und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch hoffentlich. Tschüssi, Grüße aus Kölle, habt ein schönes Wochenende, die Sonne scheint, wie immer, tschüss.